Also, die Pause zeigt kurz dazu, diese Grundtechnik, so Stellung, z.B. vorne Fuß, hinten Fuß, welches Bildung, zum Winkel her, das ist sehr so wichtig, z.B. Vor der Stellung, vorne Fuß, ein bisschen durch die Seite drehen, und dann so selber die eigene Körper balancieren, entweder so gleich miteinander, so die eigene Genie tragen, so Blutbeschiebungen. Wir haben kurz ein paar Leute gesehen, wenn, ok, aufschneiden wir, Vorbestellung, vorne. Also, es soll die Vorne Fuß immer Lichtung zeigen, bei jedem Lichtung. Hinten Fuß, 45 Grad Seite, den ich so gleich gebe, na. Wenn vorne knickt, draus, bisschen bleiben, mehr draus, dann knickt, draus. Wenn so jemand angreifen, dann abwärts, Katastrophe, dauert der Lange. Immer knickt, neben den Geraden, entweder bisschen wie eine Innenseite. Verstanden? Gut. 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 Yesen. Gut. 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 Dann schaff ich noch das alpha zu drinnen und ich anfangen. Aber da遊戲. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.